ein herzliches hallo zusammen und willkommen zurück zu einem let's play von notruf 112 die feuerwehr simulation teil 2 ich hatte mal wieder vor das spiel zu let's play weil mir hier ist das langsam zu eintönig wurde deshalb habe ich mal wieder bock als feuerwehrmann zu agieren heute und deshalb wollen wir jetzt mal wieder das spiel machen und kollege wie geht es hier suchen so bevor es dann jetzt gleich zum ersten einsatz geht lasst leichter abonniert meinen kanal und aktiviert die glocke um kein weiteres video zu verpassen und dann würde ich jetzt mal sagen geht es jetzt gleich los achtung brandschutz heimrauchmelder ausgelöst einsatz für elw 1 lf 24 tlf 1 dlk 1 rtw 1 im winkel ja da will ich dann jetzt mal sagen let's go kommt rein in diese sache mit dir aber gut muss ich wieder hier mit diesem was euch hier fahren komm rein mit dir junge so wollen wir mal schauen was jetzt auch auf uns hier zukommt hier halt einsatzleiter so frage nach weiteren informationen zum einsatz kommen anrufer bestätigt ja da ist es ja schon da sind wir ja hier nicht allzu weit das gute ist wir brauchen jetzt nicht selber zu fahren sondern wir werden hier gefahren so jetzt müssen wir nochmal gucken wo ist das so ich mache mir da jetzt erstmal ein bild von ja tatsächlich so moment dann witzeln nene das wollten wir jetzt nicht so dann schauen wir uns mal die sachen noch mal genau an oh ja da kommt aber gewaltig raus also leute erstmal absetzen alle hier ja richtig so macht hier schon mal alles hier fertig hier so machen wir jetzt nochmal bekämpfung dann machen wir das mal hier ja rauchfung auch wichtig ne moment so leute dann macht man jetzt mal alles fertig hier genau der tlf soll ja auch nicht ganz um beteiligt sein dann machen wir da nur ein hin moment mein band bekämpfung löschen das eingang so da müssen wir jetzt noch mal gucken wie es hier weiter geht mal diesen da sind wir jetzt schon fertig hier so dann sehen wir noch mal mit der hier ich werde gleich jetzt noch die drehleiter noch mit alarmieren dann hat die drehleiter dieser auch da wunderbar dann ja 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 hier moment die herrschaften die sollen manchmal hier ihre leute ihr sollt man diese verfugte dreh hat er doch mal ausfahren schon mal jemand nach und ich möchte hier mit der atemschutz leute lass mich mal hier mal lang heute das kann es nicht sein und ich möchte noch mal einen Löschangriff machen ey leute dass ich hier kein moment mal wir gehen wir wechseln mal so leute jetzt noch mal hier jetzt bin ich mal hier mal anders mal zu feuerwehr du scheiße ich muss das mal hier nochmal raus weil mein gott das kommt davon wenn die wenn diese bumme sie hier keine heute jetzt muss ich hier mit dem bildschlauch hier komisch lieben und ich benutze man hier c schläuche oder so aber nicht diese kurzen schnell angriff jetzt weiß ich nicht wo ich hier lang so kommt schon ein bisschen unterstützung kann ich immer hier noch gebrauchen brandbekämpfung löschangriff hohe strahlrohr geht doch was ist bei denen jetzt hier und bekämpfung löschangriff hier bin ich mit uns mal schlauchter drehleiter so jetzt noch mal unterstückung hier von der drehleiter hallo hallo kann sein dass hier auch noch hier einige hier im glück nester dabei sind und wie weit sind die hier band hier öfter mann bekämpfung lösch angriff aha doch einer hier mit dem c-rohr oder wenn ich war mit dem b-rohr moment mal ich wechsle mal eben hier zum tlf also so benutzen wir das nur jetzt muss ich mal gucken ich habe das spiel schon lange nicht mehr gespielt ja kein wunder dass das kommt so Momentan. Momentan. Jetzt komme ich erst damit an. Momentan. Wo ist denn hier? Wahnbekämpfung. Blutnester suchen. Jetzt ist schon einer drin. Da geht schon einer mit der Bildkamera hin. Na Leute, was macht ihr da? Jetzt baut ihr noch ein... Jetzt baut ihr hier noch extra alles auf. Du hast auch schon beige lauch, also. Ich gehe mal gucken, wie weit die Kollegen da sind. Komm, wir gehen da nochmal rein. Mal so ganz treuig der Sache noch nicht. Mal so. Vielen Dank. Leute, ihr habt doch hier schon so einen B-Schlauch. Was ist los mit euch? So abrollen. Oder brauchen wir denn das Ding jetzt nicht mehr? Mal gucken. Okay, aber es scheint wohl alles in Ordnung zu sein und deshalb würde ich sagen, sollte alle zusammenpacken. Ja, ist ein komischer Einsatz, wenn ich ehrlich sein muss. Das ist jetzt halt so. Ich muss jetzt erstmal selber mal wieder zu sehen, weil ich habe schon lange die Spiele nicht mehr gespielt, aber ich hatte mal wieder Bock, mal wieder ein anderes Let's Play zu machen. So. 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 Ablegen. Boah, die Leute müssen erstmal wieder... Revier als Abbauen hier. So. 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 Die Herrschaften müssen erstmal erstmal wieder alles zusammenruhen. So. So. Schließen. So. So. ESSER на си в Гунеcent. So. 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 Jetzt erstmal schießen wir das Ding. So. AsimDI wollt. So. 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 Gut. Ich schaue jetzt mal eben nach was die anderen machen. Wunderbar, die machen jetzt hier auch wieder alles weg. So Leute, das heißt jetzt. Abrücken. Leitstelle Mülheim von 1EW1. Kommen. So. So. Dann heißt das jetzt, dass wir jetzt wieder einrücken. Und bis wir wieder da sind, an der Feuerwehr sind, machen wir jetzt eine kleine Katze. So, wieder an der Feuerwache angekommen. So, verlassen wir jetzt das Auto mal wieder. So. Da guckt, RTW kommt wieder. Löschfahrzeug kommt wieder. Aber wo bleiben denn hier die Drehleiter und. Gut. die sind ja immer noch zu gange die sind Hey Jungs, was ist los mit euch? So, Kollege, du musst ja nicht noch so dumm rumklotzen, ey. Ja, weißt du was, ich mach' ja noch einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann, wenn dann wirklich alle Fahrzeuge da sind, bis gleich. So, hier sind wir wieder. Das hat lange gedauert, bis das wieder funktioniert hat. So, aber ich bin jetzt wieder hier und bin jetzt auch schon für meinen nächsten Einsatz bereit. So, dann schauen wir mal. Achtung, Hilfeleistung VU1, Einsatz für LF24, RTW1, Ludwigstraße. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. Kommt ihr Junge. So, wir sind jetzt zu einem Verkehrsunfall alarmiert worden. Und den wollen wir jetzt halt nachgehen. Leitstelle Mülheim von 1HLF21, kommen. Und dann schauen wir mal. Hier, Leitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, kommen. Ob wir den Einsatz, ähm, diesmal besser kriegen. TAPS-Säulen sind automatisch abgesperrt, kommen. Oha, an der Tankstelle, oha. Verstanden. Ende. Ja gut, aber wenn die, ähm, tanken sollen, äh, aus sind, äh, dann ist er gut. Weil dann passiert, äh, zumindest nix. Na, ich bin mal echt mal gespannt, weil, ich glaube, diesen Einsatz, den hatte ich auch noch nie. Oh, ja, tatsächlich da. Leitstelle Mülheim von 1HLF21, kommen. Ne, Moment, wir machen jetzt ein... Hier, Leitstelle Mülheim, kommen. Den Führer. Der erste Lagemeldung. PKW mit ZAPS-Säule kollidiert. Schlage wird weiter erkundet. Kommen. Genau, das, ähm... Verstanden. Ende. Das schauen wir uns jetzt erstmal an und dann sehen wir weiter. Ja. Beruhigen Sie sich bitte und erzählen Sie mir, was genau passiert ist. Dieser Idiot hier, einfach mit meinen, mit seinem Wangen reingeballert. Keine Ahnung, was ich meine, wer macht denn sowas. Das ist eine Tankstelle. Das ist eine Tankstelle. Wir können vor sein, dass uns hier nichts um die Ohren geflogen ist. Nun ja, wir sind ja hier, nicht in einem Film. Treten Sie bitte ein paar Schritte zurück, wir kümmern uns drum. Das darf nicht, nicht wirklich passieren. Was soll ich nur machen? Beruhigen Sie sich und sind Sie verletzt? Haben Sie Schmerzen? Ob ich verletzt bin? Also, ähm... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was passiert ist. Mir ist schwindelig geworden und das nächste, dass ich mich erinnern kann, dass der Typ dort anschreit. Ja, ganz klar, dazu haben wir den Rettungsvergang. Ja, so. So Leute, ihr wisst, was angesagt ist. Erstmal ist man hier absetzen. Moment, wir machen erstmal... Ne, Moment. Wir machen erstmal... Einsatzort organisieren. Ausbildung haben wir gemacht. Straße absichern. Weitere Lagemeldung. Fahrzeughalter zeigt leichte Verletzung. Person wird von RTB versorgt. Ja. Nein. So, dann mach mal... Das nächste. So. Zurück. Ausleuchten. Kommen. Kommen. Fahrzeughalter stabil. Ab Transport zum Kran raus für weitere Untersuchung eingeleitet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. So, ne... Jetzt kann man fangen. So. So, mach mal... Das heißt jetzt dahin. So. Fahrzeug sichern. Fahrzeug sichern. mal gucken ob die jetzt hier auch den genau den spritzer auch wir hätten wie schon gesagt das ist schon in der ewigkeit her dass ich das spiel zum letzten mal gespielt habe aber die genau das machen wir dann gleich als nächstes jetzt ist es wichtig dass das fahrzeug hier gesichert wird und dann genau richtig so erst mal erst mal das eine und danach das andere batterie abklemmen ist auch total wichtig gut dann kommen wir jetzt technische hilfeleitung machen und jetzt dass ich jetzt hier also abbinden ja das ist auch sehr wichtig und das alles hier abzubinden damit die spur erst mal hier abgebunden ist dann kann man auch eigentlich gleich wieder feierabend machen so dann schauen wir mal moment alles klar leute da würde ich aber sagen zusammenpacken so lassen man den resten die leute mal alles selber machen weil ich habe mir überlegt dann gleich wenn das video hochlädt und dann doch noch ein bisschen storm chasers zuletzt playen dann gibt es und vielleicht zwei videos sogar heute weil ich will mal wieder viel für meinen kanal machen ok leute dann let's go dann kommen wir wieder absetzen ach nee abrücken meine ich abrücken meine ich leitstelle mülheim von 1 hlf 21 kommen das ging ja diesmal fix und das ist ja das gute da dran ne wie schon gesagt ich werde gleich das video bearbeiten und dann hochladen und dann wird dann noch währenddessen dann noch wir wissen storm chasers let's playen wie schon gesagt lasst ein like da abonniert meinen kanal aktiviert die glocke um kein weil war das video zu verpassen war das video zu verpassen weil für tom water fliege mich noch nicht so bereit aber das kommt wenn ihr das anhalten wissen wollt abonniert einfach mal kann man kann und aktiviert die glocke dann auch dabei dann wisst ihr ja dann seht ihr welches video ich hochgeladen habe und dann schaut mal gern mal rein über ein like würde ich mich auch freuen so wir warten dann jetzt halt noch bis wir wieder an einer feuerwache sind der rtw scheint wohl schon mehr an der feuerwache zu sein weil der wurde ja jetzt auch am krankenhaus übergeben hoffen wir mal bei ihnen dass es nichts allzu schlimmes ist so wir rücken erstmal wieder ein und dann schauen wir mal wie es weiter geht boah digga wie weit ist es denn noch bis zu feuerwache auf einmal sagt einer der kollegen was sind wir da wie lange dauert es noch ich muss dringend oh gott eh das fand ich auch was fand ich auch immer als kleines kind immer diese frage immer wenn es immer in urlaub ging so dann sind wir ja jetzt schon langsam hier alle feuerwache wir fahren jetzt hier unser hlf oder lf oder was das sein soll wieder rein so so verlassen wir das schönes stück erstmal und dann wir unsere uniform aus und dann so ok leute ich würde sagen das reicht dann jetzt für dieses video wenn ihr mehr davon sehen wollt lasst ein like da und dann abonniert meinen kanal und dann würde ich sagen bis dahin und haut rein euer Marcel let's play